So, willkommen zurück Leute zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie üblich zum Sonntag wünsche ich euch auch einen schönen Sonntag und willkommen zu Portfolio-Bewertungen. Wir haben heute nochmal vier Portfolios, die wir anschauen. Ich werde wieder überhäuft mit Fragen, wie man denn überhaupt das Portfolio einsenden kann. Das geht nach wie vor ausschließlich bitte bei Telegram. Also ja, ihr könnt wieder ein bisschen nachfeuern, so langsam leert sich die Liste. Habt aber trotzdem, wenn ich dran denke, eine Wartezeit entsprechend. Also einfach privat an mich, über mein Telegram J-Trading mit Doppel-G am Ende könnt ihr einfach euer Portfolio einsenden. Bitte, wie ihr es seht, in Screenshot-Form optimal, zusätzlich natürlich mit Kreisdiagramm, dass ich das Prozentuale und so sehe. Ich kann nichts mit einer Textnachricht oder irgendwie einer Excel-Tabelle oder sowas anfangen. Das ist dann meistens immer relativ ein bisschen schwer. Also optimalerweise gerne so einsenden. In dem Sinne, lass gerne im Vorfeld schon wieder ein Like und ein Abo da und wir legen auch direkt los. So, gehen wir rüber in den Splitscreen. Das ist jetzt hier gerade der Link-Chart, den wir offen haben. Und wir haben hier Portfolio Nummer 1 mit einem Wert von 32.000. Da schauen wir erstmal an, was du geschrieben hast. Hey Jay, würde mal wissen, was du vor allem in diesem Portfolio hältst. Bin seit Januar 2018 dabei und habe als Azubi mit Azubi-Gehalt angefangen und kann jetzt monatlich 800 bis 1.000 Euro investieren. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Habe zum Beispiel Ethereum bei 200 Euro gekauft. Stark. Vor allem, wenn du durchgehottelt hast. Habe momentan noch 3.000 Euro zum Investieren, aber warte auf einen kleinen Rücksetzer. Das ist allerdings auch vom 8. November schon gewesen. Ja, da weiß ich natürlich nicht, ob du das Ganze jetzt schon investiert hast oder nicht. Da kam keine weitere Nachricht. Schauen wir uns das Ganze jetzt erstmal an. Also das ist halt leider dann das Problem, dass ich einen Monat einfach mit hinterherhänge, weil ich da nicht wirklich hinterherkomme, weil wirklich fast dreistellig schon Portfolios eingesendet worden sind. Aber gut, ich gebe dir natürlich nach wie vor auch mein Bestes. Wir haben Ethereum mit 7.000 Dollar, VeChain mit 6.000, QNT mit 4.800, Alchemy Pay mit 3.000 Dollar, 1.900 Dollar Fetch. Dann kommt noch standardisch gerade Ader. Ader, was man hier jetzt nicht lesen kann. Okay, der ist ein bisschen verrutscht. Oder steht der im zweiten? Nein. Dann noch Ajax, GRT, Storch, Casper, HBAR, EGLD, Algo, Optimism, Ocean, Harmony One. Haben wir auch lange nicht gesehen im Portfolio. Eigentlich auch ein sehr geiles Projekt. HBAR hatten wir doch hier gerade schon. Hä? Achso, das ist noch der angehangene Screenshot. Render, Phantom und Veracity. Okay. Also du hast dich denke ich mal auch bewusst gegen Bitcoin entschieden. Der Rendite wegen wahrscheinlich. Wenn du dein erstes Ethereum bei 200 Dollar gekauft hast. Oder gegebenenfalls auch mehr. Dann hast du damit natürlich schon eine wahnsinnig krasse Rendite gefahren. Ja, also 3,92 Ethereum. Das ist auch auf jeden Fall kein schlechter Bestand. Das sieht doch sehr, sehr gut aus. VeChain mit knapp 300.000 Stück ist auch ein Traumbestand. Also grundsätzlich, du hast natürlich gerade mit den größeren Summen noch so ein bisschen mehr auf Oldschool gesetzt. Was also relativ konservativ in dem Sinne investiert. Wo ich persönlich auch natürlich ein Fan von bin. Was ich heute, wenn ich bei Null anfangen würde, natürlich ein bisschen anders machen würde. Da würde ich schon auf neuartigere Projekte setzen. Aber generell, ich verkaufe meine Positionen auch nicht. Und das sind auch immer noch nach wie vor meine stärksten Positionen im Portfolio. Das kann man definitiv gut so machen. Es sind auch keine schlechten Bestände, wo auch gut diversifiziert ist. Du hast grenzüberschreitende Zahlungen. Du hast Smart Contracts. Du hast Supply Chain. Du hast Interoperabilität. Du hast einen AI-Sektor. Also damit ist auf jeden Fall in dem Bereich alles abgedeckt. Thema Tokenisierung hast du natürlich mit EGLD auch drin. Layer-2-Projekt. Ja, hier weitere AI-Projekte drin und so weiter. Mein Favorit aus dem Bereich ist natürlich Tau. Aber das ist auch vollkommen in Ordnung, wenn man sagt, ich entscheide mich für andere Projekte. Dementsprechend Knallfrösche hast du natürlich auch mit aufgenommen. Render mit Thema Rechenleistung. Auch ein absolutes Zukunftsprojekt. Veracity natürlich sowas dann mit kleineren Bestand. Aber grundsätzlich hast du auch hier vieles richtig gemacht. Ist definitiv ein solides Portfolio. Wo ich jetzt nicht irgendwie sagen könnte, okay, das und das muss auf jeden Fall noch rein. Du hast entsprechend, ja, auf die Projekte, du hast entsprechend die Narrative zum Großteil erfüllt. Vielleicht hätte man noch sagen können, Link oder so gehört noch mit rein. Aber Thema Tokenisierung hast du ja auch EGLD mit drin. Und wenn du den persönlich stärker siehst, wie gesagt, du hast hier bei 41 Dollar Durchschnittspreis, dann wahrscheinlich stehst du jetzt ja auch schon super im Plus. Also generell, das Portfolio steht natürlich dann auch schon eine gute Ecke höher. Auf jeden Fall jetzt mit den Preisen, also da sowieso schon erstmal Glückwunsch an dich. Du hast dir vorgestellt einen 10 bis 15X, glaube ich. Ja, 15 könnte schwierig werden, weil du, wie gesagt, mit den größten Summen hier auf Oldschool gesetzt hast. Ich denke nicht, dass Ethereum vom jetzigen Stand aus noch einen 10X macht. Erst recht kein 15X. Das wäre mir persönlich deutlich zu viel. Auch bei Quant, so wie er jetzt gerade steht, vom Boden aus natürlich ja, von den 40 Dollar. Aber ja, von jetzt aus wird es auch schon schwierig, meiner Meinung nach, mit dem 15X. Dementsprechend, das könnte dir so ein bisschen die Rendite versauen. Du hast natürlich entsprechend mehr Projekte da natürlich auch drin, die noch Gas geben können. Du hast natürlich auch schon viel X gemacht, gerade wenn du Ethereum damals das erste zum Beispiel bei 200 Dollar noch gekauft hast. Ich kenne jetzt auch nicht deinen Durchschnittspreis bei Fetch oder sowas, oder bei Alchemy Pay. Ja, dementsprechend vom jetzigen Stand aus 10X dürfte schwierig werden, weil die Projekte, die natürlich richtig Rendite hier rausholen könnten, die sind natürlich prozentual deutlich kleiner verteilt bei dir. Also würde das schwierig werden, also sechsstellig wirst du auf jeden Fall. Aber dass es wirklich in Richtung 300.000, 400.000, 500.000 geht, dann, das wird verdammt schwer. Das glaube ich tatsächlich nicht. Ich will dir da nicht die Träume versauen, aber ich würde es eher so bei 150.000, 200.000 einschätzen, einfach aufgrund der ersten Seite und deiner großen Positionen. Wobei du jetzt wahrscheinlich zumindest schon irgendwie bei 40.000, wenn nicht ein bisschen höher stehst. Das ist auf jeden Fall dazu. Aber ist ein solides Portfolio, mal mit ein paar anderen Positionen aufgeteilt. Sowas wie Harmony One oder Storch oder sowas da drin, habe ich auch häufig, länger nicht gesehen in dem Fall. Also sieht doch definitiv nicht verkehrt aus. Solides Portfolio, meine Favoriten kennst du natürlich. Für mich hätte jetzt einen Link oder einen Tau mit reingepasst, aber das hast du durch andere Positionen ausgeglichen. Das muss nicht jeder machen, so machen wie ich. Also definitiv ein stabiles Portfolio. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft. So, jetzt der nächste Kollege. Da haben wir nämlich den Salat. Da wird es dann immer, also wenn man es so macht, für einen selber ist das natürlich dann irgendwie sicherlich eine gute Übersicht. Aber für mich wird es dann immer relativ schwierig, das dann so zu betrachten. Aber gut, schauen wir erst mal, was du dazu geschrieben hast. Hi Jay, bin 60 Jahre und voller FOMO von Mai bis Juli 21 auf den fahrenden Zug aufgesprungen. Habe in dieser Zeit 30.000 Euro reingehauen. Das ging ja, glaube ich, sogar noch. Ich glaube, Mai war ja gerade so, wo die stärkere Korrektur kam vom April-High. Also das waren jetzt nicht die besten Einstiegspreise, aber ich glaube auch nicht die schlechtesten. Als ich gemerkt habe, was für ein Trottel ich bin, wollte ich per DCA Schadensbegrenzung betreiben. Aber nein, dachte sich mein Arbeitgeber und nach fünf Monaten DCA hatte ich die Kündigung im Briefkasten. Autsch, seitdem sieht mein Portfolio so aus und ist das beste Beispiel, wie man es nicht machen sollte. Okay, da schauen wir gleich rein. Aber gut, nun ist es passiert. Ich hoffe, dass es im nächsten Bullrun einen wie mich gibt. Und ich hoffe, achso, okay, da kam die Schadenfreude. Ich hoffe, dass es im nächsten Bullrun einen wie mich gibt, damit ich beim ATH aussteigen kann. Ja, das ist die Jagd nach der Exit Liquidity. Okay, würde mich über deine Einschätzung freuen. Und bitte nimm kein Blatt vor den Mund, das mache ich sowieso nichts. Und dann klartext, was würdest du an meiner Stelle in welche Token swappen? Dann, was glaubst du, ist im Bullrun für mich möglich? 2x bis 3x zumindest, sehr konservativ auf jeden Fall geschätzt. Und das ist alles in Euro. Alles klar. Wir haben 15% Ethereum, 14% XRP. Was ist denn jetzt aktueller Wert? Ja, noch knapp 50% im Minus mit 14.000 Euro. Dann macht aber die prozentuale Verteilung hier irgendwie keinen Sinn. Weil das sind ja dann nicht mehr 12%, wenn der aktuelle Wert deutlich unter dem davor ist. Hä? Das meine ich, da steige ich nicht so ganz durch. Aber naja, dann machen wir es einfach nach der jetzigen Anzahl, weil die Prozente, die machen keinen Sinn mehr. Also, dann haben wir noch 20 QNT, 37.000 VET, Singularity, Ajax, Internet Computer, ICP, Chainlink, Stellar, Cardano, Bitcoin, Harmony One, DENT, WeSendit, Constellation Deck, Veracity, Hedera Hashworth, Cardena, Blocktopia, Metahero und Vitor. Also grundsätzlich von der Coin-Auswahl schon mal her, du hast ja gesagt, wie man es auf jeden Fall nicht macht. Von der Coin-Auswahl her ist das jetzt gar nicht so katastrophal. Also gut, ICP bin ich absolut kein Fan von. Das ist für mich kompletter Quatsch, auch seit dem Launch, wie die die Community gedumpt haben oder so. Ob das jetzt noch Anwendungen und Nischen und sowas alles dazu kriegt, schön und gut. Das ist für mich ein absolutes Kackprojekt, das ich niemandem empfehlen würde. Was hier auch mit einer deiner stärksten Minuspositionen definitiv ist, prozentual. Ja, dann hast du da natürlich sowas wie WeSendit und so weiter drin, wo du, das sind halt die Projekte, wo du beim Launch, sobald der Plus machst, musst du aussteigen. Ansonsten rutschte damit ziemlich in den Miesen, bin ich auch nicht drin. Ja, genauso sowas wie Blocktopia und Metahero. Ich glaube, die haben auch mit einem 20 oder einem Blocktopia, glaube ich sogar 100x drüber gestartet und danach halt 99% runter. Also das sind halt die Projekte, da steigst du ein, musst du auch schnell wieder raus. Gut, das ist jetzt prozentual natürlich deutlich, deutlich weniger von dir, was da halb so wild ist. Aber ansonsten hast du dich ja per se nicht für schlechte Projekte entschieden. Ähnlich wie im vorherigen Portfolio mit Ethereum, XRP, QNT, VeChain, also Link in dem Fall ist mit drin. Also mit relativ konservativ, aber definitiv guten Projekten, die definitiv noch wieder steigen werden. Womit Supply Chain, Tokenisierung, Smart Contracts, Interoperabilität, grenzüberschreitende Zahlungen auf jeden Fall erfüllt sind. Im AI-Sektor hast du zumindest Singularity-Agex mit drin, was auch eine deiner wenigen Plus-Positionen ist. Also deswegen, der AI-Sektor bist du doch dabei. Also ich finde das Portfolio jetzt nicht katastrophal. Klar kann man jetzt vom, wo du eingestiegen bist, ausgehen, weil dementsprechend sehr, sehr stark Minus dasteht. Aber das finde ich, abgesehen von so ein paar Positionen hier, absolut jetzt nicht irgendwie ein Katastrophenportfolio. Ein paar Knallfrösche wie DAG, Veracity, Hedera kann natürlich auch noch richtig steil gehen. Cadena, Bravitor dann in dem Sinne auch. Ist Kleingeld drin, aber da kann ja noch ordentlich was draus werden. Also selbst mit deiner Bitcoin-Position bist du gut im Plus, mit Veracity bist du gut im Plus. Also so ultimativ schlecht finde ich das nicht, abgesehen von natürlich dem Einstiegsbereich, den du erwischt hast und vielleicht so eine Internet-Computer-Position hier. Also so sonderlich viel habe ich da nicht zu bemängeln, beziehungsweise du hast natürlich auch gefragt, was du swappen würdest. Und erstens, da kann ich dir keine Anleitung zu geben, weil ich keine Anlageberatung hier mache. Das musst du für dich selber entscheiden. Du kannst natürlich sagen, wenn du in XRP und Ethereum nicht mehr die Rendite siehst, dass du das für irgendwie ein AI-Projekt oder so swappst, das kannst du natürlich machen. Wäre jetzt in der Vergangenheit, in den letzten Monaten natürlich auch eine sehr, sehr gute Idee gewesen. Aber auch die stehen jetzt natürlich ein bisschen höher und bei mir ist es auch definitiv so, ich behalte meine alten Coins. Also ich swappe sie nicht, weder meine Ethereum, XRP, Quant, VeChain-Position oder so, aber das ist etwas, gut VeChain habe ich jetzt nochmal nachgekauft, aber wo ich auch nicht nachkaufe. Ich fokussiere mich mit neuem Geld auf neue Projekte, aber ich werde trotzdem meine alten Positionen nicht los. Also ich habe auch seit anderthalb Jahren kein ADA oder Ethereum mehr gekauft und XRP auch schon ewig nicht mehr, weil das nicht die Renditejäger werden. Aber die werden trotzdem meiner Meinung nach ziemlich sicher nicht vom Markt verschwinden. Das heißt, wir können da trotzdem noch ordentlich was mitnehmen. Also ich denke trotzdem, auch wenn du relativ hoch natürlich gekauft hast, du wirst mit sämtlichen Positionen auch wieder ins Plus geraten. Und du hast dann natürlich auch den Vorteil, dass du hier einfach dann eine Steuerfreiheit hast. Wenn du jetzt natürlich alle Positionen swappst, dann musst du auf jeden Fall auch ein Jahr komplett wieder durchhalten, wenn du dich natürlich in der Steuerfreiheit bewegen willst. Und wir wissen nie, wann kommt das Top-Jahr? Ist das vielleicht sogar schon Ende 2024? Geht das Bullrun wirklich straight in 2025 rein? Das wissen wir ja alles nicht. Deswegen sehe ich das auch so ein bisschen als Risiko an. Und naja, also ich finde es nicht so schlimm, wie du es selber eingeschätzt hast. Sprich, das ist jetzt kein Katastrophenportfolio. Das Schlimmste ist eigentlich irgendwo der Einstieg und dass dir vielleicht so ein Projekt wie Render oder sowas fehlt. Thema Rechenleistung, GPU, da wird viel drauf gesetzt. Vielleicht den AI-Sektor noch ein bisschen stärker gewichtet mit einem zweiten AI-Projekt wie Fetch oder Tao. Ansonsten, ja, hast du die Narrative erfüllt. Knallfrösche hast du drin mit natürlich weniger Kapital. Aber so, schau dir gerne vorherige Portfolio-Bewertungen an oder die letzten Videos, die wir gemacht haben mit Projekten, die gerade sehr, sehr steil gehen und Zukunftspotenzial haben. Wie AKT, Akash Network, Rio, all solche Geschichten. Thema Dezentralität natürlich auch, Kaspar, Tao und sowas. Also, da hast du per se genug Anleitungen. Aber deswegen solltest du da nicht großartig dein Portfolio swappen. Also, wenn du jetzt erstmal davon ausgehst, Plus-Minus-Null zu werden und von dem Punkt aus dann rechnest mit dem X-Potenzial, dann kommt das gut hin mit deinem 3X. In dem Sinne, weil du natürlich relativ hoch gekauft hast und das jetzt erstmal wieder ins Plus überhaupt rutschen muss. Vom jetzigen, also sprich, dass du erstmal wieder Plus-Minus-Null kommst, dann ein stabiles 3X, was doch auch in Ordnung ist. Wenn du von 30.000 aus ein 3X machst, dann bist du bei 90.000 steuerfrei. Das ist doch immer noch eine gute Rendite. Also, das ist konservativ natürlich gesehen, aber du hast auch ein relativ konservatives Portfolio. Ja, finde ich tatsächlich nicht schlecht. Also, das, was wir eben gesagt haben, könnte man vielleicht noch bemängeln und ändern oder in Zukunft hinzufügen. Ja, genauso wie die ICP-Position, das ist ja natürlich was, was du jetzt theoretisch aussitzen kannst. Ob der nochmal jetzt zurückkommt, weil noch viel tiefer kann er gefühlt gar nicht fallen. Das ist so ein Ding, das musst du selber entscheiden. Aber, ja, zu katastrophal fand ich das Portfolio nicht. Definitiv nicht. Ich hoffe, ich konnte in dem Sinne damit weiterhelfen und wünsche natürlich auch dir alles Gute für die Zukunft. Also, dass du, sofern du wieder Plus-Minus-Null bist, ein 3X machst oder gegebenenfalls dann sogar knapp sechsstellig mit 100.000 wird. Das wäre trotzdem nicht unlogisch. Gut, dann sind wir bei Portfolio Nummer 3 und zwar Wert 26.700. Alle relativ ähnlich hier gerade. Ah, das müsste der Kollege hier sein. Und zwar, bin 30 Jahre alt, verheiratet, aber noch keine Kinder, arbeite als Projektleiter in der Gebäudetechnik, bin erst seit März 23 im Kryptomarkt. Meine Coins suche ich hauptsächlich durch YouTube-Videos. Du solltest da auf jeden Fall schon mal mit Eigenrecherche betreiben. Nicht nur, weil ich oder irgendjemand anders sagt, ist cool. Ich versuche zu jedem Coin, der mir gefällt, auch Kritik zu suchen und dann so abzuwägen, ob ich da rein... Na, okay, hätte ich vielleicht einfach mal einen Satz weitergelesen. Alles klar. Investiert sind umgerechnet in Dollar circa 22.000 und investiere monatlich ungefähr 500 in Krypto. Mein Ziel ist es, zwischen 200.000 und 250.000 mit dem Portfolio zu schaffen. Was denkst du und was könnte man noch verbessern? Also, schauen wir erstmal rein. 11% Link, 10% ETH, 9% Render, 9% QNT und 60% andere, die aufgeteilt sind auf MultiverseX, Betensor, Hedera, AlchemyPay, V-Chain, Veracity, XRP, Fetch AI, Polygon, Flux. Flux haben mir im letzten Stream einige vorgeschlagen, sollte ich mir definitiv auch mal anschauen, okay. IMX, ADA, Stellar, Garmium sagt mir jetzt auch nix, ApeCoin, Arbitrum, XPR Network, NKN, XIO, ja gut, zu den letzten Positionen hier kann ich nichts sagen. Bitcoin aus Prinzip mit aufgenommen mit 0,00, einfach damit es so aussieht, als wäre Bitcoin im Portfolio, verstehe ich ansonsten nicht. Ja gut, ich meine, das sind natürlich jetzt auch hier Kleinkram-Positionen in dem Sinne. Also, ganz einfach gesagt, schon mal vorweg, ich glaube die letzte Seite hättest du dir dann so in dem Sinne sparen können. Ansonsten, die Seiten davor finde ich sehr gut, auch prozentual ist es gut aufgeteilt. Meiner Meinung nach, du hast auch hier die Narrative entsprechend erfüllt. Smart Contracts, Tokenisierung, Rechenleistung, Interoperabilität, AI-Sektor, Supply Chains, Knallfräsche wie Veracity und so weiter hast du drin. Layer-2-Projekt hast du drin, also du hast hier auch entsprechend mit unterschiedlichen Coins alles in dem Sinne abgedeckt. Also, das können wir kurz und knapp zusammenfassen. Ist natürlich prozentual anders aufgeteilt, als einige das machen oder als es auch bei mir ist. Aber das ist ja jedem selbst überlassen, wie er das dann prozentual aufteilt. Also, ich finde es definitiv nicht schlecht gelöst. Ja, der Großteil des Geldes ist natürlich in, in Anführungsstrichen, sichere etablierte Projekte gelegt und dann natürlich auch ein paar Positionen, die dann noch richtig knallen können. Gerade mit dem AI-Sektor und Tau, also auch 15 Tau, der ist jetzt auch schon fast das dreifache Wert. Das sieht auch gut aus. Also, dein Portfolio sollte jetzt definitiv über 30.000, 35.000 stehen, wenn nicht sogar noch eine Ecke höher. Also, ja, auch Render steht jetzt ja hier schon knapp bei 4 Dollar, zumindest Stand der Aufnahme jetzt. Wer weiß, ob er in drei Tagen nochmal korrigiert hat. Ist ein bisschen vorproduziert, das Video. Aber ja, das können wir kurz und knapp sagen. Das ist ein gutes Portfolio. Gut diversifiziert, sowohl von der Coin-Verteilung als auch von der prozentualen Aufteilung. Wüsste ich nicht, was ich dir da großartig noch zum Ergänzen mit auf dem Weg geben könnte. Kann man grundsätzlich genauso machen. Und 200.000 bis 250.000 ist auch nicht unlogisch. Du solltest ja jetzt, wie gesagt, auf jeden Fall so in Richtung 35.000 wahrscheinlich schon stehen. Das ist definitiv nicht unlogisch, dass du das erreichst. Also, in Richtung 200.000, 250.000, sehr realistisches Ziel. Und das denke ich auch, dass du das erreichen wirst. Also, ja, nichts zu meckern. Kann man so relativ kurz und knapp abhacken. Das ist definitiv ein starkes Portfolio in alle erdenklichen Richtungen. So, dann haben wir das letzte Portfolio. Auch noch einer mit einer Excel-Tabelle. Gut, schauen wir uns das mal an. Erstmal, was du geschrieben hast. Hey Jay, vielen Dank. Bin 40 Jahre alt und Unternehmer. Ja, und was für ein Unternehmer. Ich habe im letzten Bullmark mal so richtig reingeschissen und habe ein Scam nach den anderen gekauft mit der Hoffnung, die 100x oder sogar 1000x zu treffen und kann stolz sagen, dass ich fett im Minus bin. Ja, das ist halt so das Ding, wenn man bei allem irgendwie hinterher rennt und irgendwie das 100x Potenzial aus irgendeinem Meme-Coin rausholen will. Ja, klar, klar, schafft das vielleicht mal der ein oder andere, aber mit dem Großteil sitzt man leider dann doch eher das Geld in den Sand. Und dann ist es doch tatsächlich für viele auch einfach angenehmer, konservativ zu investieren und eher in die etablierten Projekte packen. Auch wenn da vielleicht nicht unbedingt die größte Rendite bei rauskommt. Regel Nummer 1 ist und bleibt, das vorhandene Kapital zu beschützen und nicht, wie mache ich ganz schnell aus 100 Euro 100.000. Ende 2022 habe ich mich dazu entschieden, mir ein HODL-Portfolio zu machen. Verkauft wird erst im Bullenmarkt. Das Geld brauche ich gerade nicht und ich kann es gerne bis 2025 schlimmern lassen. Ich investiere im Monat mindestens 5000 plus ein paar größere Summen, die zwischendurch mal reinfließen. Du bist auf jeden Fall ein guter Unternehmer, wie es scheint. Ich hoffe, mit dem Portfolio ab dem heutigen Stand einen 10-15x zu machen. Mich würde interessieren, was du am Portfolio ändern würdest. Ich habe noch ca. 20.000 in Reserve für einen eventuellen Drop, aber danach ist Ende mit Einzahlen. Trotz des aktuell hohen Wertes bin ich aufs Gesamte gesehen noch im Minus, aber bei einem 10x wäre ich natürlich weit vorne. Ich bitte moderate Bewertung. Die kleinen Positionen, wie z.B. One Ledger Token, OLT oder SLP oder auch XRP sind nur für die Moonboy Prognosen. Alles klar, ansonsten bin ich kein Freund von Positionen unter 10.000. Das ist natürlich auch so eine Geschichte, wenn man mit viel Geld hantieren kann, also wenn man diese Möglichkeit hat, dann ist das auch einfach so und man kann entspannter das Geld anlegen. Weil ich sage mal, wenn du jetzt z.B. die Möglichkeit hast, irgendwo 10.000 reinzuschmeißen, dann bist du auch nicht auf dieses 100x angewiesen. Dann, wenn du mit deinem Portfolio irgendwie ein 2-3 oder mit der Position ein 2-3x machst, wirst du wahrscheinlich trotzdem mehr machen als jeder andere. Oder nicht wahrscheinlich, du wirst mehr Kohle machen als jeder andere in seiner 100-Dollar-Position mit 1000%. Das ist natürlich immer die Sache, welche Möglichkeit man hat zu investieren. Alle sagen immer so, ja ich habe hier ein 20x gemacht und hier ein 30x auf dem Lasten drin, ihr habt ja 50 Dollar. Toll. Jeder wie er kann, soll natürlich jetzt nicht abwertend gemeint sein oder so, aber man muss auch mal schauen, wie viel man dann auch tatsächlich zur Verfügung hat. Gut, schauen wir uns erstmal das Portfolio an. Wir haben, äh, prozentual haben wir hier jetzt keine Aufteilung. Auf jeden Fall Casper mit, wo du einen extrem guten Pick gekriegt hast, bei 0... Oh, mit 9.500 Euro bei 0,02 bei Casper eingestiegen. Jackpot, was auch hier deine dicke Rendite fährt. 47.000 rausgewonnen. Respekt auf jeden Fall schon mal. Link mit 2.000, das ist auch ein absoluter Traumbestand mit einem Durchschnittspreis von 6,5 Euro. Also müssen hier natürlich nach Euro-Wert schauen und nicht nach Dollar, aber trotzdem, also das, das ist stabil. Auch das, äh, gut 100% im Plus. Aus 13.000 wurden 27.000. Veracity mit 4 Millionen. Ähm, da ist die Frage, hast du einfach 4 Millionen gekauft und die irgendwo auf einen Ledger oder so gepackt? Also das gehört ins Staking. 100% gehört das ins Staking. Also erstmal, du hast einen super genialen Durchschnittspreis. Also 26.000 Euro jetzt in VRA zu haben, das ist Wahnsinn. Und das gehört ins Staking. Also 4 Millionen Veracity, was du da an Rendite generierst, wenn der nur in Richtung, noch nicht mal das Alltime-High schlägt, sondern in 2, 3, 4 Cent landet, ne? Das ist brutal. Also wenn du sie nicht im Staking hast, wo ich jetzt einfach mal davon ausgehe, weil entweder du hast aufgerundet oder, ähm, du hast hier halt einfach eine glatte Summe gekauft und hast liegen gelassen. Ansonsten kommst du nicht auf genau 4 Millionen. Pack das definitiv ins Staking. Pack das einfach ins Staking. Gut, ähm, Bitcoin mit 0,5 bei 13.000 Euro hast du gekauft. Denn es ist aber ja noch oldschool, weil der war selbst mit dem Euro-Preis ja nicht auf 13.000 runter im Dip. Wo jetzt zumindest 19... Aber auch das geht nicht auf. Hä? Wenn du das bei 13.000 gekauft hast, dann hast du damit ja schon drei, mehr als ein 3X gefahren. Dann werden aus den 13.000, nicht nur 19, ey, da, da stimmt irgendwas nicht. Oder ich bin gerade irgendwie blöd. Oder dein Invest 13.000 Euro hast du dich hier irgendwie, hast du dich hier irgendwie verschrieben. Also du hast einen halben Bitcoin für 13.000 gekauft, sprich als er bei 26.000 stand. Dann macht das wieder Sinn. Ansonsten irgendwie verstehe ich dir das hier nicht. Also dann ist hier dein Einkaufspreis halber Bitcoin wahrscheinlich bei 26.000. Egal, machen wir weiter. LimeWire sagt mir nichts, abgesehen davon, dass es eine illegale Streaming-Plattform war, wo die mich mit 13 Jahren, glaube ich, mal hops genommen haben, weil ich da illegalen Politik gelaunertet habe. Also, ja, Coin-Kryptotechnik sagt mir das jetzt gar nichts. Aber auch da bist du scheinbar im Plus mit. Glückwunsch auf jeden Fall. Algo mit 90.000 bei einem Preis von 12 Cent. Da hast du doch dann doch alles richtig mitgemacht. Glückwunsch auf jeden Fall auch zur Algo-Position. 150 Quant, 150 Quant, 50 Tau bei 46. Sniper, du hast alles richtig gemacht. Genau da haben wir ihn gecallt. Bei 46 Dollar haben wir gesagt, jetzt muss der Schinken knallen. Hat er gemacht. Sehr geil. Stark. Aus 2300. Ja, aber, weißt du, da schmeißt du 2300 rein. Was soll das? Warum überall kannst du über 10.000 reinschmeißen, aber bei Tau nicht? Also, schäm dich. Spaß. Aber Glückwunsch auf jeden Fall natürlich zur Rendite hier. Das ist natürlich stark. Auch 50 Tau ist natürlich eine gute Zahl. Aber, hä, hättest du da mal die 10k reingeschmissen, ne? Dann hätte das sogar dein Kasper hier outperformed. Multiverse X, wo du gerade jetzt wieder ungefähr so plus minus 0 stehen solltest. Zumindest Standaufnahme des Videos. I can be pay. ACH, Rio, XRP, Crow. Hast du für Crow aus? Du hast einen sehr guten Durchschnittspreis getroffen. OLT, Render, auch ein guter Durchschnittspreis. Und die letzten Positionen, die sagen mir hier halt natürlich nichts. Aber, das sind ja für dich, wie du gesagt hast, auch Gamble-Positionen. Und insgesamt investiert hast du 150.000 Euro und du stehst jetzt bei 240.000 Euro schon. Das ist natürlich eine richtig krasse Geschichte. Also, da sowieso schon mal Glückwunsch. Da hast du auf jeden Fall vieles richtig gemacht zum Portfolio selbst. Ist auch das nicht verkehrt. Du hast entsprechende Bereiche drin. Du hast viel auf Dezentralität natürlich gesetzt mit Bitcoin, Casper, Tau und solche Geschichten. Ich kann jetzt zu LimeWire oder sowas oder zu den unteren Positionen nichts sagen. Aber ansonsten, du hast Dezentralität, du hast einen AI-Sektor, du hast Tokenisierung mit drin. Mir persönlich würde jetzt so ein bisschen Supply Chain fehlen. Sowas wie V-Chain, Phantom und MNW. Okay, ist jetzt nicht schlimm, das nicht mit aufzunehmen oder so. Aber ich mag das einfach natürlich, wenn man unter den verschiedenen Ökosystemen auch diversifiziert noch. Aber ansonsten hast du, abgesehen davon, hast du alles mit drin. Isocoins, grenzüberschreitende Zahlungen, Render vor allem noch. Ist in dem Sinne eigentlich alles mit abgedeckt. Also, ja, bei der Größe oder bei der, ich nenne es einfach mal, bei dem Kapital, was du investieren kannst, würde ich persönlich auch den Bitcoin voll machen. Ja, dass du einfach um einen Bitcoin-Club bist, das ist, denke ich, das ist ein sehr, sehr geniales Gefühl. Und damit machst du per se natürlich nichts falsch mit. Und du bist halt einfach nicht auf so mit dem Kapital, was du jetzt schon drin hast und was du generell auch monatlich zur Verfügung hast, bist du nicht darauf angewiesen, irgendwo nach dem 100x-Projekt zu jagen oder so. Dementsprechend, das ist so ein Ding, was ich definitiv machen würde. Dass du jetzt irgendwie ETH oder so nicht mit aufgenommen hast, finde ich nicht schlimm. Ansonsten hast du absolut Zukunftsprojekte da mit drin, wo du auch definitiv sehr, sehr gute Picks auf jeden Fall schon getroffen hast. Gutes Portfolio. Glückwunsch da auf jeden Fall an die entsprechenden Positionen. Auch mit dem Rest, da unten wünsche ich dir natürlich Glück. Ich kenne jetzt die Projekte hier nicht. Ich weiß nicht, was da noch möglich ist. Und stabiles 10x vom jetzigen Stand aus her noch ist auf jeden Fall immer noch möglich. Klar, Projekte wie Casper oder so, die haben natürlich jetzt auch schon ordentlich Rendite gemacht. Genauso auch Tao. Dann wird natürlich das X-Potenzial immer ein bisschen kleiner. Aber durchschnittlich, abgesehen von Bitcoin jetzt, ist das meiner Meinung nach immer noch bei den meisten Projekten drin, dass sie auch vom jetzigen Stand aus noch ein 10x aus dem Ärmel leiern können, beziehungsweise manche Projekte, die es halt nicht schaffen, dafür schaffen es andere Projekte wiederum. Und deine beratliche Position sollte natürlich optimalerweise noch ins Staking, wenn sie das noch nicht ist. Jetzt, ja, stabiles, starkes Portfolio, auf jeden Fall 90.000 mal ebenso plus gemacht. Das ist auf jeden Fall, also du wirst ein sicherer Millionär, wenn nicht sogar zweifacher Millionär im Bullrun. Das ist ein zukunftsbasiertes, starkes Portfolio, auf jeden Fall mit 2, 3, 4 Positionen, die ich halt nicht kenne, die mir dann ein bisschen Sorgen bereiten, weil ich nicht weiß, was es ist. Aber du wirst dich sicherlich damit beschäftigt haben und das aus guten Gründen gewählt haben. Und daher, ja, da habe ich auch nicht großartig was zu ergänzen. Du hast alle Bereiche abgedeckt und auf die für mich auch stärksten Positionen in dem Bereich gesetzt. Mach genauso weiter. Wie gesagt, bei der Summe, bei dem Kapital, was du zur Verfügung hast, würde ich aus Prinzip den gesamten Bitcoin vollmachen, Veracity in Staking packen. Und ansonsten, ja, kannst du natürlich vielleicht nochmal nach neueren Projekten oder so schauen, aus dem Gaming-Sektor, wo ich mich persönlich nicht unbedingt auskenne, aber was natürlich auch eins der Narrative ist, wo es steil gehen kann, was wir bei Myria oder sowas gesehen haben, AKT als berechtigten Konkurrent, Surrender jetzt zum Beispiel, solche Geschichten. Aber ansonsten habe ich dem nichts hinzuzufügen. Ist auf jeden Fall ein starkes Portfolio. Glückwunsch an die jetzige Rendite schon mal. Und allein, wenn du das so hältst, wirst du ziemlich sicher Millionär. Auf jeden Fall damit im Bullrun. Gut, dann haben wir es auch geschafft. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Ihr lasst wie immer ein Like und ein Abo da. Und schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, von den Portfolios, welches ihr am besten fandet. Und generell, wie gesagt, könnt ihr wieder Portfolios einsenden. Hat JTrading mit Doppel-G am Ende. Weil leider hat irgendein Scammer mal meinen Original-Tag gemobst oder so. Deswegen ist bei mir der Tag immer mit Doppel-G. Und ja, da könnt ihr dann Portfolios einsenden. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Ciao.